Das ist noch so ein Ding, wo du unzischbare sehen kannst, ne? Ich glaube, irgendwo höre ich den doch. Ja, ich habe ihn gesehen. 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 Kommt er nicht in Skype? Das war's für mich. Ich habe mal ein paar Punkte, damit das bei dem nach oben geht. Ja, Melch Ahn, ne? So, 3 gegen 3. Fuck. We have to wait. Wie kriege ich einen Chat weiter nach oben? Hat der da Standard UI? Hat der ja Das gibt doch irgendein Befehl Gibt doch Reset UI oder hat oder Oder hat der Kameraset Chat machen Kommst du rein? Ja Bin drin Uh, hat er sein Set endlich Mhm Sollen wir zu dritt auf den Heiler? Ist eigentlich am Besten oder? Sollten wir dem das mitteilen oder? Heiler ist auch scheinbar scheinbar Ach, gegen Russen können wir doch eh nicht gewinnen Ziehst du ihn rein? Mhm Bald ich ihn sehe Wo bist du eigentlich? Ich bin hier Heiler Ich hab ihn Warum habe ich denn den Hexer am Target? Ich hab den geswitcht dann Ich sehe den Busen da noch Ich bin an dem Brennen Chip ihn hoch Ich bin an dem Brennen Chip ihn hoch Man, natürlich Er hat wieder geparisht Du Frosch Soll ich ihn ranziehen? Ne, ich bin daneben dran Ich schippe ihn hoch Das Schatz down Oh Gott Ich bin jetzt gleich auch down Ich kann es eigentlich rausgehen Bist du auch down? Mhm Oder der Sascha tut den, äh, Heiler beschäftigen Was denn? Ich stand hinter Garnier Auf einmal bin ich durch die Luft geflogen Und beim Tor Loll Ich kann glaube ich nicht tot in die Arena Warte Achso, bist du von der Arena runtergefallen? Ja Öh, von der Arena Vom, der Garnier Ich bin durch die Garnier gefallen Da tut dein Bruder gleich Den Heiler beschäftigen Der kann das ja gut, ne? Ja, der hat viermal Counter Und dann tun wir schnell irgendeinen runterkloppen Möchtest du mal gucken, wen Möchtest du mal gucken, wen Möchtest du mal gucken, wen Ach, dann kann ich wieder nochmal lesen Okay Okay Kannst du... Mhm Zack Boah, der Schock hat mich übertrieben abgefuckt eben Tch, haha So ne niederträchtige Kreatur Unfassbar Achso, du meinst, wo du eben alleine warst Mhm Ich hab mich abgefuckt Denk dran, dass du jetzt meine Brötchen hast im Regen, ne? Das was? Dass du jetzt meine Brötchen hast im Regen Acht da Ich kann nicht drauf mehr davon tragen Ach stimmt, ich kann sie ja verwenden, ne? Ja Und jetzt Nein Mhm Aber der Säule müssen verstecken Ach, hier gibt's ja gar keine Scheiße Ach, hier gibt's ja gar keine Scheiße Okay Kannst du das da? Wo denn? Boah, ich bin jetzt down Ich bin down Hoho Boah Katze aber auch, ne? Ja Gibt's doch nicht, dass wir die Kanzel in der Zeit nicht da kriegen Die Katze ist schon down Äh, so Ich mein den Hunter Achso Tja Der ist eh schon wieder voll Oh, Sascha ist tot Ich muss eigentlich rausgehen Tja Der ist ja D